Hallo, grüß euch. Wir sind jetzt gerade im Fürstenfeld auf dem Hauptplatz und verteilen hier ein paar Broschüren und ein paar Informationen über Covid-19, den ganzen Wahnsinn, den muss er mal aufhören. Also, ich lade euch ein, dass ihr zu den Baumärkten, den Einkaufszentren, wir wollen das auch in Zukunft, so kleine Demonstrationen auch in die Geschäfte rein und ja, schaut auf die Webseite. Wie heißt die Webseite? Deine Webseite. Achso, okay, alles klar. Vielen Dank.